Hakebuttenmarmelade aus der Kartoffelrose. Kartoffelrosen ernten, waschen und von Stielen und Blüten befreien. Danach mit Schädelzucker auffüllen. Ich habe 2 zu 1 genommen und in der Passiermaschine kräftig durchpassiert. Am Ende enthält sie das Mousse und die Kerne werden getrennt. Am Ende kannst du die Kerne noch säubern und die einen Kerne des Tees kochen.